Was war das für ein humanistisches Gymnasium? Das sind die Wurzeln deiner Kraft. Die Sophie Scholl hat in ihrem letzten Protokoll, ich bin nach Berlin gefahren, wo die Papiere liegen, im Osten Berlins war das damals, sie hat in ihrem letzten Protokoll von ihrer Hand unterschrieben, mit ihrer Tinte, hat sie gesagt, ich würde genau dasselbe wieder machen, weil ich es für richtig halte für mein Volk. Für mein Volk. Das war doch das Vaterland, das dahinter steht. Die Sophie Scholl kannte ich von ihrem 14. Lebensjahr ab, das habe ich ja erzählt. Und wir waren befreundet, bis zuletzt, ich habe sie zuletzt, hat sie mich aufgesucht im Dezember 1942, also sechs Wochen vorher, bevor das alles sich ereignet hat. Ich habe meinen Bruder, ich habe die Sophie gut gekannt, ich habe den Hans Scholl etwa gekannt, ohne je ein längeres Gespräch mit ihm gehabt zu haben, aber ich habe schon gewusst, wer er ist. Und durch meinen Bruder Hans bin ich dann in die Sache hineingeraten. Also mein Bruder Hans hat mich im Oktober 1942 gefragt, als ich zu Hause war, hat mir ein Flugblatt gezeigt, eines der frühen, das zweite. Könntest du dir vorstellen, dass du da mitmachst? Dann habe ich gesagt, zuallererst musst du das raustun aus dem Haus, von mir aus in ein Glas in Komposthaufen verstecken. Das gefährdet unsere Eltern, das kannst du nicht im Hause halten, dieses Flugblatt. Ja, ich will dir gerne helfen, wenn ich dir helfen kann, aber direkt jetzt mich zu entschließen, jetzt dort mitzumachen, kann ich nicht ja sagen, sondern indirekt helfe ich dir. Und dann ist es soweit gekommen, dann hat er, ich habe gewusst von dieser Gruppe in München, dass sie etwas vorhaben durch den Besuch von Sophie Scholl im Dezember. Hat mich aufgesucht hier in meinem Zimmer in Stuttgart und habe auch hinterher den Hans Scholl, da hat man sich getroffen und wie er sich gefreut hat, dass er Geld bekommen hat von Eugen Grimminger, der war wohnhaft in Esslingen, man hat sich gegen Kaffee getroffen und Hans Scholl hat dann gesagt, jetzt werden es die Spatzen von den Dächern pfeifen. Er hat gemeint, jetzt kann er Flugblätter verbreiten in großem Stil, das hat er wahrscheinlich gemeint. Denn die haben immer überlegt, was kann man denn machen. Man muss sich wehren, irgendwie muss man sich wehren, nicht immer diese Staatsmaschine und Kriegsmaschine, die läuft einfach weiter und wir sind hilflos dem Hitler ausgeliefert. Was kann man machen? Aufklärung. Aufklärung wollten sie mit den Flugblättern, es ging damals an Schlag auf Schlag. Also ich meine, die Sophie Scholl ist am 22. Februar umgebracht worden, da bin ich schon nach München transportiert worden, ohne zu wissen, dass sie nicht mehr lebt. Ohne zu wissen. Also ich bin in Ulm verhaftet worden, im Zusammenhang mit meinem Bruder Hans. Und dann bin ich auch verhaftet worden, in Ulm. Und dann von Ulm aus sind wir zusammen nach Stuttgart transportiert worden, in einem Mercedes. Dann in Stuttgart, in das Gestapo-Haus, im Haus verhört worden. Da kommt da diese Aufnahme, wie man Verbrecher aufnimmt, von der Seite, von vorne, Fingerabdrücke und so, alles, wie sich gehört für Schwerverbrecher. Und er hat uns gesagt, ja, sie sind Schwerverbrecher und wer gegen diesen Staat ist, der wird vernichtet, hat er zu mir gesagt. Wer gegen diesen Staat ist, handelt und arbeitet und gesonnen ist, der wird vernichtet, hat mir der Beamte in Stuttgart gesagt. Und dann sind wir nach München transportiert worden und dann war ich in derselben Zelle wie die Sophie Scholl. Und nach zwei, drei Tagen habe ich erfahren, dass sie nicht mehr lebt, aber nicht durch die Gestapo. Die hat mir das vorenthalten. Ich habe ja ein Buch geschrieben, weil ich mich so geärgert habe über diese dauernde Schuld, Vorwürfe von Schuld. Ich habe gedacht, ich muss mal schreiben, wie das war, damit dann jeder hinterher denken kann, was hätte denn ich gemacht. Ich habe dann immer wieder auch mit Jugendlichen Gespräche gehabt und vorgelesen und da kommt immer wieder die Frage, haben wir denn ein Vaterland? Wirklich? Das sind die Lehrer, die sie da beeinflussen. Und ich habe gesehen, wie wichtig das ist, Ihnen zu sagen, dass es da ist, dass es das gibt. Und ich habe mich manchmal kaum losgelassen. Es ist so, es ist großer Bedarf da, zu sagen, ja, das haben wir aber selbstverständlich. Wir sind stolz darauf. Wir haben große Gestalten in unserer deutschen Geschichte. Beim Sohn meines Bruders Konrad, dass er am Kaffeetisch sagte, ach, man hat doch gewusst mit den Juden, man hat doch gesehen, wie sie eingeladen werden, wie sie reingeschoben werden in die Züge. Ich denke, der ist doch nicht ganz betruscht. Der ist 26 Jahre alt, was der da weiß. Der weiß unheimlich viel. Ha! Unheimlich viel Feilsches weiß der. Und von wem denn? Von den Lehrern und von seiner Mutter, wie ich dann gemerkt habe. Und dann habe ich gedacht, das gibt es nicht. Das muss ich schreiben. Ich kann nicht dagegen, das finde ich so unerhört. Diese Einstellung, diese Arroganz, da habe ich gedacht, ich kann nur das eine machen, schreiben, wie es war. Dann soll er mir sagen, was er getan hätte damals. Dieser ewige Schuldvorwurf ist ganz schlimm für Deutschland. Ist ganz schlimm. Das war's. Denn beide才 sind so unerhört.